Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck, präsentiert von Möbel Höfner. Liebe Zuschauer, ich freue mich, wenn wir uns am Sonntag sehen, 19 Uhr, nicht vergessen, bei Ihrem Lieblingsgericht. Also einschalten, Sie werden begeistert sein mit unserem, mit deinem, unserem Eintopf, à la Judith. Genau. Sonntag, 19 Uhr, nur hier auf München TV. Alle Infos zur Bewerbung, Rezepte zum Nachkochen oder allgemeine Infos zum Sendeformat auch unter münchen.tv. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höfner.